Wir sind hier am Standort Niederstotzing von der Gardena-Gruppe. Wir stellen hier Handscheren, Astscheren und Grasscheren her. Hier in Deutschland sind wir ungefähr 1800 Mitarbeiter und am Standort circa 240. Das Besondere an diesem Standort ist die hohe Fertigungstiefe. Wir beginnen hier klassisch mit Stanzen und Lasern, gehen über das Härten zum Schleifen, was die Kernkompetenz des Werkes ist, denn beim Schleifen entsteht die Qualität einer Schere. Anschließend wird ein Teil der Messer beschichtet, gefolgt von der Endmontage, wo sämtliche Scheren am Standort Niederstotzing hergestellt werden. An dieser Anlage haben wir das Problem, dass wir eine Tellerfeder einlegen müssen und die darf natürlich nicht fehlen, weil sonst kannst du die Schere nachher nicht einstellen. Und das ist ganz arg wichtig, deswegen müssen wir mit der Kamera überwachen, ob diese Tellerfeder im Produkt eingelegt worden ist. Seitdem ich hier bin, arbeiten wir mit verschiedenen Kamerasystemen, beziehungsweise auch mit Lichtschranken von IFM, das heißt mit induktiven Endschaltern, mit kapazitiven Endschaltern. Nur wo einfach das zu bearbeitende Teil es nicht zulässt, dass man das irgendwie induktiv abfregt oder mit einer Gabelichtschranke, müssen wir Kameras verwenden. Also sprich, wenn das Teil auch zu kompliziert ist. Wir haben hier ein sehr, sehr kleines Teil, das geht in den Millimeterbereich und hier muss die Kamera wirklich sehen, wie rum ist dieser Federpin in der Zuführung, weil wir keine Möglichkeit haben, den Federpin immer gleich zuzuführen. Sagt uns die Kamera unten, wie rum liegt der Pin oder fehlt sogar der Pin? Beim Fremdlicht haben wir absolut kein Problem mehr. Und zwar haben wir eine ziemlich große Fensterfront. Natürlich können wir auch nicht immer die Rollladen hoch und runter fahren lassen. Wir haben verschiedene Lichtmodis, die wir einstellen können. Wir können die Entfernung, wir können die Schärfe einstellen. Das Fremdlicht macht da gar keine Probleme. Also nichts, das läuft wunderbar und störungsfrei. Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, dass wir sehr, sehr gut betreut worden sind. Das war jetzt auch das Highlight bei der Kamera, weil wir wissen nicht, was gibt es auf dem Markt. Es gab auch keine Diskussion, können wir das ausprobieren? Lässt uns mal eine Kamera da? Absolut gar kein Problem. Also da ist die Zusammenarbeit super. Also wirklich ganz toll. Es steht ein großes Projekt an und da wäre es schön, wenn wir gemeinsam mit IFM dieses Projekt durchführen könnten, denn dann profitieren wir beide.